In diesem Video möchte ich mal über Winkel reden und wie man überprüfen kann, ob die auch wirklich im rechten Winkel sind. Das mag für die meisten Bastelanfänger überraschend sein, dass die meisten Winkel, die man kaufen kann, keinen rechten Winkel haben. So unwahrscheinlich das klingt, aber es ist so. Ich hatte sogar schon Geodreiecke, die nicht im rechten Winkel waren. Man glaubt es kaum. Das hier ist ein Kombinationswinkel von der Firma Starred. Diesen Winkel habe ich mir vor vielen Jahren selbst gekauft. Und ich werde weder von der Firma Starred noch von sonst irgendwem dafür bezahlt, dass ich den hier vorstelle. Wie man sieht. Und dieser Winkel ist, man kann es schon sagen, sehr teuer. Allerdings gibt es von diesem Modell auch billige Nachbauten. Und in diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man prüfen kann, ob dieser Winkel bzw. der Nachbau, falls man einen hat, auch im Winkel ist bzw. ob die 45 Grad stimmen oder ob diese Wasserwaage eigentlich wirklich richtig anzeigt. Und beginnen möchte ich mal damit, zu zeigen, wie man prüfen kann, ob ein Winkel auch wirklich 90 Grad hat. Alles, was man dazu braucht, ist ein Brett mit einer geraden Kante. Und dann legt man den Winkel hier an und macht einen Strich. Und dann schlägt man den Winkel um auf die andere Seite. Und der Trick ist jetzt der, dass ich nicht versuche, noch einmal diesen Strich nachzuziehen, sondern ich setze eine Linie parallel daneben. So, Moment. Diese Linien sollen absolut parallel sein. Und das Erstaunliche ist, das menschliche Auge erkennt bereits die kleinsten Abweichungen. Wenn man allerdings versucht, den Strich nachzuziehen, dann sieht man es nicht so gut. Weil die Dicke des Bleistiftstrichs unter Umständen den Fehler kaschiert. Um zu überprüfen, ob das hier tatsächlich 45 Grad sind, brauche ich einen Halbkreis, der genau an dieser Kante beginnt. Und da das nicht ganz, weil man hier nicht einstechen kann, mit dem Zirkel, habe ich noch ein Brett in der gleichen Stärke, das kommt hier hin. Und das zwinge ich mir hier provisorisch an. So, und jetzt kann ich hier meinen Zirkel genau in diesen Spalt setzen. So, und mache hier einen Halbkreis. Jetzt kommt die Zwinge wieder weg. Und das Brett auch. So, also hier ist der Halbkreis. Ich hoffe, man sieht ihn. Und jetzt wird hier an der Ecke angelegt. Und ein Strich gemacht. Und dann wird an der anderen Ecke angelegt. Und dann sollten sich die beiden Linien hier auf dem Kreisbogen treffen. Genau. Für alle, die sich noch an ihre Schulzeit erinnern, das ist der Satz von Thales. Und zu guter Letzt hat dieser Winkel hier auch eine Wasserwaage. Und die sollte natürlich auch genau gehen. Aber weil die sehr klein ist, demonstriere ich das jetzt an einer großen Wasserwaage. Das Prinzip ist aber genau dasselbe. Und es funktioniert genauso bei dieser kleinen Wasserwaage. Die Idee ist folgende. Man legt die Wasserwaage hier an eine Kante an einer Seite bündig. Und dann schaut man, wo die Luftblase den Strich berührt. Beziehungsweise um wie viel sie darüber hinausragt. Je nachdem, ob der Tisch jetzt waagrecht ist oder nicht. Jetzt schauen wir mal. Und wie man sieht, ragt die Luftblase rechts ein kleines Stückchen. Das ist hier circa ein Millimeter. Und über die Markierung hinaus. Als nächstes drehe ich die Wasserwaage um. Und lege sie genau an dieselbe Stelle. Und dann sollte die Luftblase genau diesen Millimeter darüber hinausragen. Wie gerade eben. Und man sieht, bei dieser Wasserwaage ist das nicht der Fall. Das heißt, die ragt jetzt hier höchstens noch einen halben Millimeter drüber. Das heißt, diese Wasserwaage ist nicht genau. Auf dieselbe Art und Weise kann man auch diese Libelle prüfen für senkrechte. Für die senkrechte. Dazu legt man sie an eine senkrechte Fläche an. Und schaut wieder, wo sich die Libelle befindet. In diesem Fall befindet sie sich tatsächlich in der Mitte. Und dann dreht man die Wasserwaage um. Und legt sie wieder an dieselbe Stelle an. Und dann sollte sie sich ebenfalls in der Mitte befinden. Und hier sieht man eine ganz kleine Abweichung. Also diese Libelle könnte man allerdings nachstellen hier. Allerdings für einen Maurer wäre diese Wasserwaage ausreichend würde ich sagen. Das ist jetzt die Wasserwaage von dem Starretwink. Und man sieht in diesem Fall ist der Untergrund nicht ganz eben. Die Luftblase berührt ziemlich genau auf der rechten Seite den Strich. Und wenn ich sie umdrehe sollte sie sich genau gleich verhalten. Das heißt und wir sehen auch in diesem Fall nachdem ich sie umgedreht habe. Berührt sie die Luftblase auf der rechten Seite den Strich. Das heißt diese Wasserwaage ist tatsächlich genauer. Falls Ihnen das Video gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie sie bitte unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.